Musik So hört, was man sich hier erzähle, von einem schnöden Herrn, warum? Er hat die Bauern sehr gequält, allein die scharfe Nahe schon. Halt's, Paul, wir geht's aufs Armand tun. Also, ihr wisst, die Großen und Reichen, die mit den Folgen flächsten Bäuchern die wachen jetzt plötzlich rüber, gut, gut. Sie schreien und jammern, dass Gott er war, über den Kaiser Napoleon voll er hinaus in anderen Verlagen. Zu, nur zu, wir haben bestes zu tun. Wenn sie sich die Köpfe zerschlagen, ob wir Deutsch auf Ränkisch heißen, das schafft uns kein Herz, kein Kuhn. Er kriegt den Nichtsmeißen, er soll ich nicht selber tun. Was schert uns der Krieg? Wir wollen den Herrn, die dort im Schloss unser Scheiß verbrassen. Ein bäuerisches Lied dazu hören lassen, zur Kaffee, ein Tänzel, das haben Sie gern. Lasst mit allen uns verbinden, prüben wir uns in der Runde, werden wir jetzt Brüder finden. Jetzt, jetzt, endlich ist die Stunde, und wenn alle wir gemeinsam stecken, stecken wir das Baum in Trompe, Klagen um die Hand und Trompe so! Ja! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020